Der ADAC kommt aus den Schlagseilen nicht heraus. Und nun tauchen täglich neue Vorwürfe auf. Zudem soll die ADAC-Spitze für Dienstreisen-Hubschrauber der gemeinnützigen Luftrettung genutzt haben. Mein Helikopter fliegt 310, schwupp, bis vor die Tür. Das ist bequem und macht was. Faul, sau. Ich geb Gas, ich geb Gas. Es ist die Panne des Jahres beim ADAC. Wir leiden unter Größenwahn und geben gerne falsche Zahlen an. Schön verarscht. Schön verarscht, schön verarscht. Echt peinlich. Wir haben Spaß, wir haben Spaß. ADAC, ADAC. Wir haben Spaß, wir haben Spaß. ADAC, ADAC. Die Trophäe aus Glas. ADAC, ADAC. Ist nur Fass, ist nur Fass. Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Wir zahlen Steuern wie im Kleintierverein. Dabei sind wir noch reich wie Schwein ohne Maß. Ohne Maß, ohne Maß. Der Image-Schaden ist schon jetzt enorm. Kurz mal ne Chef-Billa hingestellt. Dabei so manches, Mitglied verprellt. Scheißegal. Völlig wurscht, scheißegal. Ein Engel im freien Fall. Wir haben Spaß, wir haben Spaß. ADAC, ADAC. Geben Gas, geben Gas. ADAC, ADAC. Wir haben Spaß, wir haben Spaß. ADAC, ADAC. Geben Gas, geben Gas. ADAC. Aua.